Ich bin Huck. Huckaberry Finn. Mark Twain. Ich schreib Geschichten. Ich kann Ihnen eine Geschichte erzählen, die werden Sie nicht glauben. Erzähl. Hucky, der Daffer ist da! Huckaberry Finn! Wuhu! Ja! Au! Vor allem die Zwöl. Dieser Schatz von Indiana Joe hat mir keinen Glück gebracht. Mein Sohn Huck, der ist reich. Sechstausend. Wie viel macht das? Für jeden. Sechstausend durch vier, das sind 64.000! Sheriff, Huck und Jim sind verschwunden. Tun Sie was! Sie sind böse Männer, Huck. Der fieseste von ihnen ist mein Alter. Er will den Schatz. Er ist hinter mir her. Versteck dich! Ich hab die Idee! Ich bin Sarah Williams, Ma'am. Wohin hast du so Lügen gelernt? In der Schule natürlich! Ich geh nach Ohio. Und wie willst du da hinkommen? In Mississippi runter und dann den Ohio rauf in die freien Stadt. Ich werde frei sein. Und dann! Du nammt! Arschmutter! Der Dampfer! Los, Beilung! Ich bin Ludwig der 17. Ich bin Huck der Erste. Und mein Vater dem Allerletzten und meiner Mutter der Unbekannte. Ah! Ich hab's gewusst! Huck! 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 Huck!